Die Collard nicht nehmen oder was? Nein, ich brauche die normalen Wicks. Behindert. Ne, warum? Warum? Was ist mit gefärbter Clay? Kannst du ja auch nicht nehmen, ne? Nein. Ich brauche einfach normale Wicks. Von Helm, aha. Ach, ich kann nichts mehr aufnehmen. Tschüss. Ich hasse Eier. Hiiii. Er hat Eier gesagt. Du bist ein Eierkopf, ja. Eierkopf. Eierkopf. Du Eier, Eier, Eierkopf. Noch mehr? Ne. Genau, damit kann ich jetzt wieder das Zeug erstellen. Wer brauche ich? Muss ich auch wieder gucken. Eigentlich die Quest schon erledigt mit dem Endercore. Keine Ahnung. Das ist bei der Zeitquest. Enchantment Mastery. Verbranete ich alles? Ja. Kann man immer noch branen. Ich hau jetzt alles durch. Hä? Wo, 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 wo? Bei Zeitquest. Enchantment Mastery. Äh. Oder fehlen die da noch, die Endercore? Ne, die hab ich alle. Die Questen hab ich alle. Da geht's nur noch links, die Questen. Die hab ich alle komplett hier. Die haben wir noch gemacht. Da links sind ja auch nur noch drei Stück. Ja, ja. Ja, ja. Wir brauchen dieses Adamantin. Mhm. Das ist das Problem, jetzt. Das ist, äh, verständlich, aber pech, ne? Dass du behindert bist, weiß ich. Äh. Einmal. So. So, 100 Clay haben wir gleich fertig. Okay. Aua. Aha. Oh nein, ich hab Radioactive bekommen. Dass irgendwas verwandelt sich hier in dem Ding gerade. Aha. Ja. Das Leads hat sich verwandelt. Aha. Das ist ein Müll. Einstack Clay? Dass du Müll bist, das weiß ich. Gibt da noch mehr raus? Ne, ich brauche noch. Da noch ich noch. Ist da gerade was geworfen? Ne. Warum? Dann ist in diesen Dungeon hier unten auch irgendwann eine Wild. Ja. Wo ist Lava? Biomasse, Lava. Und? Ja. Hier ist irgendwo was. Fack. Ist echt so ein richtiger Dungeon. Ja, ist doch geil. Aber das kann schlimm werden, das weißt du schon, ne? Machst du schon. Mach ich schon. Ja, ja. Ich nicht. Was sagen denn die Leben? Drei oder so. Ah. Leben? Fünfe. Bei mir stehen acht. Ach ne, das sind meine Tore. Ah, welche war das jetzt hier? Left alone ist fertig. Left alone? Ist komplett fertig. Jetzt. Die eine, die drei Prozent sind diese letzten Dinger da. Clay oder was? Hm, Clay ist fertig. Grad fertig gemacht. Ach so, die drei Prozent sind andauernd diese... Ja. ...X Quest. Richtig. Die täglichen da. Aber dann muss das andere für dich ja auch gezählt haben. Welches? 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 Diesen Stuff oder wat? Mit den... Ähm... Stabilisier-Core und so. Wo ist sie? Das war mit dieser Redstone-Fuggle. Ich weiß nicht, wo du... Ja... Wird wohl schon passen, wenn du so hast. Ich weiß ja nicht, wo sie drunter ist. Left alone, du Affe. Und welche dann... Ach ja, das ist doch schon länger. Die haben wir doch schon ziemlich früh gemacht. Die letzte, die wir hatten, waren noch die Clay und die Wireless-Booster. Die Stabilisier-Core, das habe ich alleine gemacht gehabt. Das habe ich doch gefragt in den Koordinaten. Dann habe ich sie wohl mit noch gekriegt. Dann wäre er wohl so. Blup. Mal eben hier so. Hell in Nightmare. Ach ja. Unstabile Ingrid-Block. Da war ja was. Ja. Genau wie diesen Dieb-Darkwurm. Den wir finden müssen in der... in... 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 diesen Dieb. Ist das hier reiß geworden? Wie konnte man das denn machen? Mit dem Ritual. Ich weiß das nicht mehr, das muss ich googeln. Dieses Dieb. Das ist ein Ritual. Das macht halt auch so Dieb-Dark. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. 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 Wenn wir da sonst nicht ganz ausgleicht sind, das ist ja normal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Zeben. Acht. Neun. parfk. Zwei. Tch. 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 Ach so, dies ist Werfen. Je hun long. Weihessigen Spinela. Hatte ich doch gefragt, du Arsch. Ja, das sind diese Orbs, die ich hier die ganze Zeit rumwerfe, die da oben wir noch hatten. Und ich die ganze Zeit leer mache, damit die Liquid Quest fertig wird. Okay. Und nächstes Mal leuchte ich das gleiche ordentlich aus, ja. Ach, für was ausleuchten, YOLO! Ja hier oben, alles von der nervige Spin. Ist das das Dungeon, oder? Ja, ja. Ja, ist jetzt auf der Karte. Ist ein little bit viel. Und nur ein little bit. Ja, das ist alles dritt noch, das kommt auch noch dazu. Das war schon ein bisschen mies, das war sie jetzt schon. Oh, irgendwelche Spinnen sind gestorben und ich habe sie wieder im Moment bekommen. Ja? Hast du die Magnet an? Aua! Ja klar habe ich die Magnet an. Hallo? Hast du behindert, oder so? Nein, sonst fällt mir irgendwo alles hin. Hm. Kita! Ich kann auch alles verlieren, kein Problem. Kita! Dann hätte ich schon mehrere Sachen verloren jetzt. Ja, weil du schlecht bist, darum. Nein! Doch! Bin ich schlecht vor. Alter, unsere Kisten, ne? Ja, ich kotze gleich hier ins Essen. Äh. So, Maschinen. Äh. Zack, zack. Item Duck. Die Coins kommen jetzt erstmal weg. Erstmal alles hier frei schaffen. Was habe ich hier noch? Blöcke und Glas. Blöcke brauche ich in Metall. Du bist behindert. Nee. Das lehne ich ab. So, wie sieht jetzt da vorne das aus? Ah, okay. So. Die nächste Quest ist fertig bei dem... Genetic Labor. Bumm. Ich habe gar keine mal bis jetzt fertig gemacht. Collect the Black. Okay. Äh. Oh, wie ging denn das nochmal? Hm. Ah, ne. Zyron. Ah, da braucht man ja die Zyron. Dinger genau. Kriegt man die und dann... Gab's die Drops daraus. Die Drops ist gelutscht, du! Du bist behindert. Schon wieder dunkel. Ich hasse dunkel. Ich bin behindert. Du wolltest so angemerkt haben, ich hasse dunkel. Ja, und du bist behindert, ich weiß. Irgendwo hatte ich hier noch. Äh. Da ist es. Hier sind noch mal Bienen. Okay. Wir brauchen. Aber die lasse ich hier noch schön drin, damit kann man später noch arbeiten. Kopfweh. Aha. Kaffee? Wirst du gehänert. Hab ich immer... Hab ich immer von dir? Kopfweh. Hm. Ist klar. Ambrosia. Alter, spar de. Ambro... Am... Am... Ambro... Am... Wow. Woh, woh... Woh, woh, woh... Wollen wir dafür... Ach... Okay, frage ich nicht. Hä? Über eine stunde wieder. Oh my God. wir betreiben warum er gleich wieder voll du 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 honey 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 okay ich will brote brauchen wir davon 36 36 mal 8 das achtfache von 36 was mir zugeworfen das war das falsche aber egal was du nehmen solltest was gibt er mir das andere ich habe es nicht mehr gemerkt mir war das doch egal ja aber ich habe dich gleich 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jetzt habe ich keine bürgermeister bist du weiß ich ich habe das jetzt mal gekappt das kabel ja ja wieder und kabel sind da genug immer auf selbst war tour viel spaß willst irgendwelche sachen noch mitnehmen keine aspirin keine speed dinger oder so oder strange ich habe nämlich noch sachen hier drin der testosteron bieten train range habe ich gerade ich bin schon runter gefangen tot muss das angucken warum sind da warum hört sich das an wie druckplatten ich frage nicht ich gehe wieder eine ebene welche sind ich frage nicht überlegt was würde explodieren ich da mal einsperren nein ich frage mich warum wohl nicht ich mache den einraum dicht dass da keiner durchkommt wenn du wenn da nichts drin findest einfach zu machen die gang oder wenn du da da sind kisten drin deswegen mache ich gerade zu ach so so wenn ich einfach so überrascht werde ach so die habe ich fertig geht noch tiefer und noch schwerere monster kommen dann ok ok das ist natürlich nett würde ich sagen gardium liegt am ja warum mache ich die seit wieder auf ich bin so blöd wolle was war da alles noch brauch hier ja ne barium ich kann jetzt die genetic quest jetzt weitermachen oder ich kümmere mich um stromversorgung was eigentlich sinnvoller wäre wo wir eigentlich genug strom haben 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 die sind glaube ich immer dauerhaft voll können die ja selber machen der nächste raum ist natürlich schon größer und bigger und bigger und bigger so dann mache ich mal auf und ich hoffe dass hier keine spinnen sind ok spinnen spinnen so eine kuh zwei kuh ey ich bin eine spinne ich muss mal kühe annehmen eine spinne